Murenschalk und Brucker Stadtfest. Murenschalk am 11. und 12. August gastieren bei Murenschalk und Gaukelei Straßenkünstler aus der ganzen Welt zwei Tage lang in Brucker Namur. Und am Samstag, dem 13. August, das 21. Brucker Stadtfest mit Paper Moon, den Global Grindern, der Maisnitzer Band, Frankie Leitner, den Kings of Rock'n'Roll, den Sundays und dem Dire Straits Project. Brucker Murenschalk und Brucker Stadtfest vom 11. bis 13. August in der Innenstadt von Brucker Namur.